Wolfgang Gaston Friedmann, Stern 25. Januar 1907 in Berlin, 20. September 1972 in New York, war ein deutsch-amerikanischer Jurist und Professor für internationales Recht an der Columbia University, der sich insbesondere im Bereich des internationalen Wirtschaftsrechts profilierte. Nach ihm ist der Wolfgang Friedmann memorielle Wort benannt, der von der Columbia University für herausragende Leistungen im Bereich des internationalen Rechts verliehen wird.